Hallo und herzlich willkommen zurück zu TheLongDark. Das war ein ziemlich schneller Schwenk. So, äh, mein, du bist Taller hier. So viel Tag, wir hatten uns, ja, danke Jenny, hast du gut gemacht. Ähm, hatten wir uns in der letzten Episode hier ausgelockt und wollte ein bisschen Spannung damit erzeugen, damit ihr sagt, Oh, macht der das? Der kann doch hier nicht einfach aufhören, der Spinner. Ich muss doch wissen, was in diesem Haus alles zu finden ist. Und ich hab mir gedacht, Äsch und so. Und ihr denkt euch dann, äh, Arsch und so. Und ich sag mir, yo, und so. Kühlschrank. Oh man, mir ist echt mal aufgefallen, ich glaub, ich bin der verwirrteste Let's Player und, und irgendwie so ein nicht, nicht auf Spur bleibende Let's Player ever. Also, es ist echt ganz komisch. Ich, ich fang irgendwo an, was zu erzählen, so, ja, ja, und dann ist hier das und das und, äh, ein Haus. Okay, ein Haus. Ja, Haus. Hm, schön. Und Zwieback. Zwieback, ja, lecker, auch. Sehr schön. Boah, das, das ist irgendwie, äh, Jeans, Socken. Äh, wenn euch das stört, schreibt mir das einfach mal in die Comments. Ich versuch das irgendwie, äh, ja, abzu-, nicht abzuschalten, aber halt irgendwie Focus. Und ich, da, Zen und so. Ein Punkt. Erst fertig reden, dann machen wir weiter. Aber mal gucken, ob ich das hinkriege. So, wir haben hier, oh, eine Flair. Sehr schön. Ich glaube, eine hatten wir verbraucht. Brauchen wir nicht. Long Cotton, Cotton? Oh, Cotton. Ha, 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 ha. Haben wir hier eine Pry Bar? Nein, keine Pry Bar. Keine Pry Bar. Oh, good lordy. Ähm. Okay, die sind schlechter. Ich glaube, wir, oh. Ja, das ist halt blöd, wenn man nicht richtig hinguckt. Was man für gedöhnt hat. Ne? Hm. Ja. Oh, hier haben wir schon eine Pry Bar. Böch. Dann habe ich mir das letzte aufgenommen. Ich glaube, Freitag? Ja, Freitag, Freitag. Heute haben wir Montag. Ei, ei, ei. Nein, wir wollen harvesten. Start harvest. Har. Gott. Das ist halt wieder so ein, so ein Ding. Du nimmst halt irgendwie zwei Tage nicht auf und haust dann alles oder setzt sich halt hin, packst alles ins Rendering und dann weißt du 15 Minuten später schon nicht mehr, was passiert ist. Und dann denkst du dir, blau. Wissen wir irgendwas reparieren? Ne, wir könnten aber mal könnten wir mal, ne? Ja. Ich glaube, wir haben noch das die Jerry Hurricane, ja. Drei Kilo. Aber 3,66 Liter Kerosin. Heben wir erst mal auf. So. Wir hatten ja hier alles durchgeguckt. Unter dem Bett noch mal schauen, wie spät ist. 15.43. Okay. Wir nehmen mal die raus. Ich weiß, da liegen Beef Jerky. Aber Bitterkarnabal Bitterkarnabal Papa. Irgendwo haben wir ja. Okay, aus dem sind wir hier rüber gerannt. Da vorne. YOLO. Hüüüüüüü. Kommt er hier bestimmt wieder um die Ecke und sagt, äh, Ello. Und dann sag ich, AAAAAAAH. Und dann sagt er, nee, Knorrebeis, Wuff. Und dann sag ich, Luaau. Topf. Ja, wir brauchen jetzt erstmal kein Futter oder sonst irgendwas mehr, da haben wir genug. Wir schauen uns hier erstmal um. Ich hoffe ja immer noch inständig, dass wir hier Glück haben und ein Gewehr finden. Nein, brauchen wir nicht. Wir haben... ...die anderen Schuhe noch in guter Konstitution. Dann können sie nämlich ganz lange laufen. Also irgendwann, uh. Müssen wir gleich mal... Ja, ja, ich weiß, Jenny. Müssen wir gleich mal overproven. Welche da besser sind. Also wir haben, glaube ich, die Insulated Boots. Da. Das ist 2718. Und dann haben wir die Work Boots. Die sind schlechter. Drop. Obwohl, die hätte ich ja eigentlich... Doch, die machen wir... ...karpott. Work Boots. Zwei Leder. Geil. Hoffentlich sind wir dann nicht mehr encumbered. Es geht weg. Und wir haben... Oh ja. Wir sind schon wieder am... Lü-Müt. Mäh, 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 mäh. Kriegen wir aber alles hin. Warum wackele ich eigentlich gerade so mit der Maus? So. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hm. Ja, die brauchen wir eigentlich nicht durchgucken. Oder doch? Oder nein? Vielleicht finden wir ja... ...ein Messer. Wäre ja mal ganz schön. Was sei denn, die haben das rausgepatcht... ...und alle Leute denken sich... ...ääh, Messer! Gib uns ein Messer! Und die Entwickler sitzen zu Hause... ...ki, kie, 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 kie. Gar keine Messer mehr im Spiel. Hi, hi, hi. Dann werden wir alle sterben. Nein. Brauchen wir nicht. Aber nicht. Wir schauen aber nochmal auf die Uhr. Die Uhr sagt 18 Uhr gedöhnt. Und... ...Woodmatches? Nee. Nee, 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 nee. So. Futtern, trinken. Und dann hauen wir uns nochmal... ...auf den Kopf. Dann hauen wir uns auf den Kopf. Ah, egal. Äh, haben wir eine Soda oder irgendwie sowas. Energy Bar, Granola Bar, Lantern Fuel. Ja, Lantern Fuel. Da hauen wir uns mal einen Liter in die Birne. Und dann haben wir Spaß. Na gut, trinken wir mal Wasser. Dann haben wir hier gleich nebenan wieder das Klö. Und wir essen nochmal einen Granolabar. Granolabar. Wir haben es jetzt kurz vor sechs. Wir hauen uns mal wieder für... ...zwölf... ...stunden... ...aufs Ohr. ...obwohl, dann werden wir, glaube ich... ...uh-oh. Wenn man sich, glaube ich, zwölf Stunden aufs Ohr haut, dann dürfte das, glaube ich, ein bisschen... ...meh sein. Wir haben Hunger. Da hauen wir uns... ...nein, drop... ...450. Ich glaube, das ist zu viel. Ne, da essen wir lieber noch ein... Achso, das ist der Rest von dem Alten. Mh. Candy Bar. Wie ist unser Stand? Ja, aber wir haben ein bisschen... ...Helds verloren. Deswegen legen wir uns nochmal ein Stündchen hin. Ja, das war mein Weckergeräusch. Ähm... ...ein Bandage nur. Ist nicht gut. Da ist noch ein Granolabar. Wir haben echt wenig zu trinken, fällt mir grad auf. Und wir haben da noch... ...wir haben jetzt noch... ...3,96 Liter. Ja. Klo Wasser nehmen wir mit. Hm. Bett haben wir nicht gemacht. Egal. Wir sind Rowdies. Und Rowdies brauchen sich kein Bett machen. Oh, habe ich hier schon reingeguckt? Nein. Hm. Pornnussbutter. Ich habe keine Ahnung, wo Pornnuss herkommt. Nein. Raw Rabbit brauchen wir nicht. So. Bitte. Keine Würfe. Okay. Da sind noch Häuser. Ach. Oh, da vorne ist ein Wolf. Äh, 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 äh. Lauf. Nee, schleich. Nein, 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 nein. Brich ab, brich ab, brich ab. Du blöde Kuh. Okay. Geh weg. Ah, du Mistvieh. Ah. Ah. Faction. Und da brauchen wir das Zeug. Mann, du dreckiges, blödes Mistvieh. So, haben wir hier. Ich weiß nicht, was ich hier aufgehoben habe. Ich war gerade ein bisschen in Panik. Ich weiß nicht, was ich hier aufgehoben habe. Best be prepared for anything. Ach. Hm. Son of a... Son of a bitch. Hä, hä, hä. So. Was haben wir denn jetzt alles? Basic Woolhead. Das ist 1, 0. Wir haben Toke auf, glaube ich. Und das ist 0, 0. Okay. So, was haben wir noch aufgenommen? Ich weiß es gar nicht. Ähm. Oh. Ah, okay. Schön. Neues Item. Kenne ich gar nicht. Ähm. Irgendwas haben wir doch aufgenommen. Irgendeine dicke Jacke war mir doch so. Cargo Pants. Äh. Die Daunenweste. Wow. Ne. Die ist kacke. Dann werden wir... Daunenweste mal zerstören. Ähm. Schreiber werden wir nicht gebrauchen. Hier, unsere Kondition ist auf 46%. Danke. Ipü. Klick, klick, klick. Böf. Ja. Wai ist sehr nur... Sing. Pritch. Wai ist sehr nur Weapon. Daunenweste. Gucken wir mal in den Locker. Ne. Ne. Wir haben noch genug Wasser. Wir haben genug Futter. Bappel? Nein, brauchen wir auch nicht. So, dann haben wir Jerry. Oh, ne Flare. Die Flare hat ja grad echt schön geholfen. War nicht. Nein. Nein. Wie lange haben wir... Ach, wir haben ja noch gar nicht so lange. Haben wir noch nicht so lange. Ne, haben wir nicht. Was? Ach. Geht schon wieder los. Oh, ne Prybar. Aber wir haben eine. Ach. Ist das ein Headshot? Das ist ein Headshot! Kriegen wir die auch so? Yay! Sehr schön. Das heißt, wir können die blöden... Pannerwölfe schon mal ein bisschen... kaputt haben. So. Hier in das Ding noch reingucken. Whoops. Wir sind über... über Dingst. Nein, tut es nicht. Futtern noch mal was. Oh, wir haben ja noch genug... Genü... Genü... Mit Ü. Hier bitte, bitte, bitte. Hatte ich nicht hier irgendwo noch eine Soda grad aufgenommen? Mir war so... Lü, 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 lü. Na gut, trinken müssen wir jetzt nicht, da hat sie noch genug Power. Ah, das wäre echt schön, wenn wir eine Waffe finden würden. Aber wir haben die düsevoll. Mit 73 Prozent. Ne, brauchen wir nicht. Aber ich bezweifle, dass wir hier in der Werkstatt irgendwas finden. Workbench. Ah, seht ihr hier? Line, Hook, Fischung, Tackle. Kann man sich dann das Zeug zusammenbasteln für die Angel? Hm, nein. No, it will not come in handy. No. Yes. Schon wieder eine Primer mit 46%. Kriech er dich mal einen Hund kaputt. 75%. Bitte lass da Bandagen drin sein. Okay, die nehme ich auch mit. Nein. Scheit. So, ein Scheit. Aber noch ganz viel zum überprüfen. Rifle-Ammunition. So, jetzt brauchen wir nur noch eine Rifle. Mit, glaube ich, elf Schuss oder irgendwie sowas. Oder zehn. Guten Freunden gibt man ein Schüsschen. Oder zwei oder drei. Okay. Na, die nehmen wir auch mal mit. Also dann hatten wir jetzt einmal das Summit-Soda, glaube ich. Ja. Dann sind wir da voll. Ja, 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 ja. Es ist alles okay. Es ist alles okay. Wir werden das überleben. Das Ding wird in handy. Gut, Matches. Brauchen wir nicht. Kein Handy. Servus in Electromagnetic Storm. Mein Handy will not funktionieren. Bloss. Äh, haben wir genug? Haben wir, glaube ich, 13 oder so. Also. Da haben wir erst mal Ruhe. Locker. Machen wir den mal locker auf. Höh. Oh nein. Nein. Nip, 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 nip. Blöf. Nein. Ja, eine Bandage. Geil. Und boah. Hm. Okay, da oben ist eine Lampe, aber die brauchen wir ja nicht. Wir haben ja gerade eine. Denke ich, dass wir gerade mit der Axt oder dem kleinen Beil Ich glaube eher, das ist ein Beil ganz gute Chancen haben ähm die Wölfe zu vertreiben. Aber meh. Mal gucken. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Ich schneide es eine Gewehr. So, machen wir das mal. Oh oh. Oh 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 oh. Achso, wir sind jetzt hier hinten raus. Da ist ein Auto. Die Autos sind übrigens auch neu. Also ich kann mich jedenfalls nicht daran entsinnen, dass hier... Nein. 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 Er packt den zweimal Handschuhe ein. Joa, spinnt ihr denn, Ole? Wir gucken uns jetzt einfach hier nochmal schnell um. Die Flair nehmen wir mit. Äh. Äh. Gabinett. Tü-tü-tü-tü-tü. Dienste, Schuhe, Socken, Wasser, große Cabinet. Nett. Ja, eigentlich... Eigentlich sieht es ja alles ganz gut aus. Noch eine Flair. Sehr schön. Äh. Long Cotton Underwear. Äh. Boah. 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 Alle sind nicht so super. Hm. Hm, 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 hm. Na gut. Na gut. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Wir schauen mal hier raus. Bitte kein Wolf. Bitte kein Wolf. Ich bin bereit. Uh. 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 So. Oh, da ist noch ein Auto. Und einen Briefkasten. Kann man in den Briefkasten gucken? Ne, schade. Mitten in den Briefkasten. Mitten in den Briefkasten. Wollt. So. Ab ins Haus. Wir schauen mal uns noch schnell um. Da nehme ich euch noch mit. Ich nehme es. Yes. Bandage. Ja, yeah. Da lag zwar ein Kernopfenner. It's a spoon. It's a fork. But something in the middle. Verpun. Wann nicht sehr lustig? Ich habe gut gelacht. I have loved good. Ich habe gut geliebt. Okay. Hm. Ne. Da wir hier irgendwo in der Wildnis unterwegs sind, brauchen wir etwas Festeres. Uh. Das ist doch gar nicht in Hand. Na gut. Nein. Ah. Son of a Beach. Du Sohn eines Strandes. Hm. Nein. So. Komm, 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 komm. Irgendwas nützliches. Dude, 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 dude. Okay. So, Leute. Damit sind wir auch mit dieser Episode am Ende. Ich danke euch wie immer ganz herzlich fürs Zusauen wünschen. Äh, Zusauen. Ja. Versaut euch. Meine Fresse. Zuschauern. Oh, Mann. Wünsche euch einen schönen Tag und selbstverständlich alles Gute. Schaut auf Twitter vorbei. At Taladir. Schaut auf Twitch vorbei. Das ist twitch.tv. T-p-p-p. Irgendwas mit Taladir. Das bin ich. Und, äh, ja. Lasst mir einfach mal einen Comment da. Ihr seid die Besten. Ich bin Taladir. Und bis zum nächsten Mal. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü